Jeder Prototyp, jede neue Edition wird bei mir den härtesten Prüfungen unterzogen. Hier spielt sich in kürzester Zeit das 100-jährige Leben einer Uhr ab. Wir prüfen dabei weit über die normalen Anforderungen hinaus. 50.000 Mal werden zum Beispiel die Drückerfunktionen geprüft, auch in den unmöglichsten Kombinationen und Abfolgen. Denn selbst nach einer krassen Fehlbedienung des Kunden soll die Uhr vom Kunden selber wieder eingestellt werden können. Auch die Krone wird 5000 Mal gezogen und gedrückt. Und nach dieser ganzen Prozedur muss die Uhr sich in der Toleranz der Neuteile befinden. Wir simulieren Klimaschwankungen einer Fünfjahresperiode, allerdings etwa 10 Mal schneller. Das heißt, die Uhr liegt über mehrere Monate im Klimaschrank bei minus 20 bis plus 60 Grad Celsius und verschiedenen Luftfeuchten. Auch der Fall der Uhr aus einem Meter Höhe auf dem Fußboden wird überprüft. Wir wissen von unseren Kunden, dass sie die Uhr nicht in den Tresor legen, sondern ganz normal im Alltag benutzen. Daher muss man mit allem rechnen. Wir setzen die Uhr 24 Stunden, stößen aus allen erdenklichen Richtungen aus. Das sind insgesamt ca. 350.000 Stöße. Das ist der ultimative Härtetest jeder Uhr und von den Konstrukteuren natürlich sehr gefürchtet. Das ist der ultimative Härtet. Untertitelung des ZDF, 2020